hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal beim porky heute gibt es mal wieder kleine kurze ets2 news und zwar wurde gerade in der ersten blog veröffentlicht damit morgen ein schweizer event startet also von world of trucks am 14 mai und zwar wurde ja in der 150 die schweizer bearbeitet und daher sehen wir damit morgen die 150 rauskommt kommen wir zum wesentlichen ja die 150 kommt morgen kommen wir zu wenig zu diesen schweizer auftrag und zwar müssen wir die best community er war also wie alle 20 millionen tonnen fahren ich schätze mal so nicht so schwierig sein und zwar in der schweiz rein oder aus der schweiz raus und dann haben wir dieses event schon erreicht ihr müsst natürlich wenn ihr euer privates ziel erreichen wollen ich glaube dann müsst ihr zehn frachten fahren wie gesagt aus der schweiz rein aus der schweiz raus minimum zehn frachten pro fracht minimum 200 kilometer und als belohnung persönlich bekommt ihr hier diesen schönen berg hier dann könnt ihr euch aufs romanturenbrett stellen oder was haben wir dann noch dann bekommen wir diese wimpel dazu auch sehr schön und wenn wir das community ziel erreicht haben bekommen wir diese wunderschönen benadina zu mir hinsetzen ich finde die ganz nice ganz schön ganz toll ja ich hoffe diese news hat euch gefallen am meisten gefallen hat mir an diese news die morgen entity 150 rauskommt ich wundere mich damit keine normale beta rauskam oder sonst irgendwas aber naja was weiß ich schon so ja das war es eigentlich schon wenn euch das video gefallen hat lasst doch mal ein like dann kommentar oder sonst eben was ich sage bis morgen live stream bye bye